wo alles ist jetzt ab dies andere der lisch ist geworden mehr als erst die Froppen so eine reine die Zeit macht keinen Spaß mehr er hat er das hätte ich sehen das werden wir sehen so drei zwei 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 werden er sich willkommen zu Speicherer spieler sucht bei zweiter Sturm wir sind das nennt Mit dabei, dispaikia, aka Mirko, aka Lilzak, aka ERA, AK, RA, RRIII. Ich habe den Namen vergessen. Nein, tu es nicht! Hat mich lieb. Klappe zu, Affe tot! Nein! Äh, hier. Doppeldoss. Bin eh tot. Hab mir viel Nix angelegt. Ich habe nur 260 Schaden gemacht. WTF? Ich hab den echt... Hä? Game gecrashed? Gegner aufgegeben. Ladies and gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Easy Stomp. Ja? Okay, die Wartezeit ging 1 Minute 30. Mal gucken, wie lange das Match geht. Jawohl! Essen! Aber vielleicht war das gerade auch einfach nur ein Bug und deswegen haben wir die Map die andere Map gekriegt. Kann sein. Ich glaube, das ist einfach komplett überfordert gerade. Ja, das kann auch sein. Weil jetzt ist natürlich... Ab geht die Party jetzt, weißt du? Ja. Und alle anderen Enden spielen dann erst mal. Ich glaube nicht, dass vergegen die Match. Aber da wurde ja auch noch einiges geändert. Also das Matchmaking wurde noch so verändert, dass jetzt in den ersten paar Wochen erst mal nur Beta-Spieler gegen Beta-Spieler spielen und komplett Blutige Anfänger gegen Blutige Anfänger. Genau, so würde ich auch sagen. Habe ich sogar an einer der Sprechnerin? Dass ihr es zumindest machen wollt. Also noch nicht offizieller. Das ist möglich. So, mal gucken, wie lange will ich die neue Map jetzt sehen. Liebe Zuschauer, versuch Nummer zwei. Okay, Ghost Action. Damit meine ich dich. Eigentlich finde ich das schon cool, dass man so so ein schöner kurzer Run an sich so für nebenbei. So ganz nett. Ich gehe ja echt mega schnell vorbei. 8 bis 12 Minuten ist ja nichts. Ja, das ist richtig. Und dann noch, äh, ne? Was für YouTube ist das eigentlich optimal? Haben sie sich was dabei gedacht? Ja. Plus Intro, Vorintro, Outro, Easy, Leute. Meine Ult ist bereit. Ich bin der Jäger. Alter, jetzt schon Ult? Ja, der Typ ist ein bisschen. Spike platziert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube schlecht. Ah, ja. Ein Gegner übrig. Jawohl. Haha, predictive. Ach, Mann. Das war ja mal... Ja, geil. Wir hatten eine Runde mehr. Wir hatten eine Runde mehr. Ah, hier, das fehlt mir auch keine Hinderung. Komm mal. Oh, das ist richtig. Was denn? Ne, das, wenn du jetzt Waffen auf den Boden schmeißt. Ach so, ja, das habe ich schon gesehen. Dass die dann so leuchten. Ja, das, das, das hier so markiert wird. Das finde ich halt auch schon ganz nett. Was ist denn das Feature? Hier, hier übrigens, äh, wusstest du, dass die Bakkin Rechtsklick hat? Ah, okay. Äh, Rechtsklick ist eher so für Long Range und Link. Ah. Ah. Ich benutze halt nie. Deswegen kann ich nur... Das ist eine Sache. Ich muss es nämlich auch nicht. Ich muss es nämlich auch nicht. Weil man kriegt direkt die Old. Ich hab die Old. Nein, nein. Na, für schön, dass wir jetzt die Tassenübernahme... quasi geblieben ist. Vorsichtig. Lass den Himmel richten. Na schon. Ich hab hier mal gar keine Action gerade. Geil. Du hättest einfach durch die Wand, die auch, die aufschießen müssen. Du kannst Wände aufschießen. Man kann Wände aufschießen. Ja, guck mal rechts von dir, wo ich bin. Warte. Ja, hier. Das sind wir gerade dazu. Das kannst du aufschließen. Das wusste ich nämlich noch so. Das sei... Das ist so eine blaue Tür, die kannst du aufschießen. Deswegen, ich hab auch nicht mit mir gerechnet, weil man stattfindet. Okay, das ist cool, irgendwie. Hm. Das wäre ein cooles Feature. Haben wir jetzt eigentlich wieder... Haben wir jetzt einen Spray? Ne, immer nur eins. Ja, das ist nett, ne, Leute. So zehn Minuten easy. Und sonst mach ich noch einen Sven biegen hinten dran, den gefasst hat schon. Okay. Oh, bei mir, bei mir, bei mir. Ja, warte. Ich hole jetzt meine Old noch kurz. Warte, ich komm rüber. Genau hier. Ich bin der Jäger. Klappe zu. Affe tot. Aber den Brimstone Smogs war wirklich schon krass. Muss man einfach so sagen. Muss man... Nei. Doch. Ficht du... Hä? He... Voll nicht. Kannst du bis nach hinten pieken? Hacke. ab nach B, ab nach B, ab nach B, weil das so viel Spaß macht, ab nach B, ab nach B. Wer von hier aus angeschoben? Gucken wir mal. Nein, wo kam der her? Auch von hinten irgendwo. Ach ja nix. Easy. Sorry, dass ich den Spaß verderbe. Ich mach die Wende jetzt müde, weil ein bisschen mehr wieder. Aber ich hab einfach bis jetzt nur ein Gegner gesehen. Och nö. Zeitwechsel. Aber wir haben jetzt mal. Wo ist der Frenz? Ah, die gehen zu vielleicht. Boah. Also die blauen Dinger sind auf jeden Fall damit man die Ulti kriegt. Die grüne weiße Rehner nicht. Daffa doof. Nein, ich bin tot. Sag dir Daffa doof, fang mir doch zu. Oh man. Oh, das war Auer. Marco macht ja übrigens den B-Plant. Boom Junge! Fokus von mir überzeugt. Fokus von mir. Was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war Spike Rush auf Essence. Das ist irgendwie so ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Wenn es euch Spaß macht, dann brem wir das mehr auf dem Aufschirm. Und wenn nicht, dann auf dem Zweifel. Bei mir kommt es sowieso. Sofort täglich immer Valerie reden. Warte. Das habe ich nie gehört. Nee, aber ich habe es gesagt. Ja, das mag es sein, aber du sagst es nicht gesetzt. Lass ein Like dann, wenn es gesetzt ist. Ciao. Ciao. Cian! What' you saying. It ain't nothing but heartwrecking dedication. Don't quit complaining, look at my life